Der Meiler wird jetzt abgestellt, das ist Beschluss, er steht und hält zur Runterfahrt. Sind wir jetzt da, schauen dabei zu, was macht ihr wahr? Schaltet jetzt den Reaktor ab, macht die Umgebung nicht zum Grab. Papierstrahl, dann trummelt schon genug, allein ein Ausstieg ist jetzt klug. Hier wird kein Boden mehr verstrahlt, kein Atomstrom mehr bezahlt. Was fließt, bleibt hier ein kühler Fluss, der keinen Klug drum kühlen muss. Und euch aus Indien, die ganz abmal frei, gewinnt ihr sie und wenn sie zu große Wäder drehen, kann man die Stromerzeugung sehen. Schaltet aus die Belegung, gab den Draht, das Bruder reißt rum. Kommt uns jetzt nicht mehr mit Strom, aus gefährlichem Atom. Feierabend, letztes Schluss, mach was man jetzt machen muss. Sind Einsicht und Gewissenswiss, das zu tun, was möglich ist. Nehmt das Atomkraftwerk vom Netz, nicht mal ein Watt von dem ab jetzt. Die Sonne liefert nun so nah, riesenfrei, ohne Gefahr. Feierabend setzt, auf jedes Dach hört auf zu schlafen. Feierabend werden, baut die Trassen nie noch weh'n, dann könnt ihr Strom zufrieden seh'n. Macht Stromversorgung dezentral, nicht auslagsweise rein normal. Kein Großkonzern, der abkassiert, Profitgemacht, Regierungen spielt. Wer noch für Aktionäre denkt, nur Richtung Kursgewinne lenkt. Und Lobbyisten kauft und schickt, und nur auf Eignung von deinem Blick. Schaltet aus, den Nebel legt um, kappt den Draht, das Bruder reißt rum. Kommt uns jetzt nicht mehr mit Strom, aus gefährlichem Atom. Beierabend jetzt ist Schluss, macht, was man jetzt machen muss. Wir haben längst die Nase voll, diktieren sie, was geschehen soll. Wann muss sie auch im Finger sehen, dass sie an keinen Schalter drehen. Wird höchste Zeit, am besten jetzt, dass man nun die Grenzen setzt. Und die Atomkraft, die aussortiert, rechtzeitig eh ein Baum passiert. Und weiter gibt's genug zu tun, was uns nicht rasten lässt, nicht ruhen. Der Abfall bleibt noch ungelöst, bloß nicht im Widerstand verdöst. Doch gibt es auch die Uranfabriken, man muss auch, was sie erstellen, blicken. Wir haben längst nicht genug getan, schaltet aus, den Nebel legt um, kappt den Draht, das Bruder reißt rum. Kommt uns jetzt nicht mehr mit Strom, aus gefährlichem Atomfeierabend, jetzt ist Schluss, mach, was man jetzt machen muss. Deswegen Einsicht und Bewissenswiss, das zu tun, was nötig ist. Das zu tun, was nötig ist.